Noch mal ganz schnell Chemie, 8. Klasse, noch mal ein bisschen anders zusammengefasst. Es geht um das Thema Oxidationszahlen und was dieser ganze Scheiß eigentlich soll. Noch mal ganz schnell zurück, ein Atom, nennen wir es heute mal Sauerstoff. Oxygenium, ich mach mal ein O da hin, das geht schneller. Ein Sauerstoffatom. Das steht in irgendeiner der Hauptgruppen des Periodensystems. Da guckt man nach und sagt, ja wo steht denn das, ja wo steht denn das. Und findet die 6. Hauptgruppe. Da steht das drin. Warum? Das steht deswegen da drin, weil es 6 Außenelektronen hat. Ich mach es mal so, dass ich sage, gut, wir nennen dieses Sauerstoffatom jetzt mal O wie Otto. Nicht Oxygenium, dauert mir zu lange. Und Otto hat, so wie Karl Paul und wie sie alle heißen, also Kalium und P wie Phosphor, wie sie alle heißen, sie haben alle einbestreben und zwar sie möchten ideal und edel sein. Sie möchten gerne auf ihrer äußersten Schale der Elektronenbahnen 8 Außenelektronen haben. 8 Außenelektronen ist der Idealzustand. Wer die hat, ist edel, reagiert mit niemandem, lässt sie mit keinem eilen. Die können nicht alle mal. Das ist der Haken. Und Otto möchte die auch gerne haben. Genauso wie Neon, Xenon, Krypton, Argon, die haben 8 Außenelektronen auf der äußersten Schale. Die sind alle zufrieden. So möchte Otto sein. Ja, jetzt hat aber Otto ein Problem. Alle Atome, die fangen so an. Nehmen wir mal das einfachste Atom, das ist ein Sauerstoffatom. Das hat ein Proton, ein positiv geladenes Proton. Und außen schwirrt ein Elektron herum. Ein einziges. Ein E-. Mehr nicht. Wasserstoff ist tot unglücklich und sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich ja nochmal, entweder ich kriege ein zweites, das ist nämlich eines der wenigen Ausnahmen, entweder ich kriege ein zweites hier rauf auf diese Schale oder ich gebe sogar meinen Elektronen ab. Das wäre mir lieber. Puh. Ich schmeiße das sogar weg. Ist mir vollkommen schnuppe. Nehmen wir mal Chlor. Chlor hat außen auf der letzten Schale sieben Außenelektronen. Und Chlor sagt, ich möchte gerne noch eins haben. Jetzt kommt Wasserstoff vorbei und die sagen, ey, sag mal, pass mal auf, ich gebe dir meins, meinen Außenelektronen, sagt Chlor, her damit, dann habe ich acht. Nun sagt Wasserstoff, pff, ich kriege sowieso kein zweites, weg damit. Jetzt sagt Chlor, na super, ich habe acht, ich freue mich. Ich mache das extra mal etwas schnodderig. Ich freue mich und habe jetzt dieses Außenelektronen vom Wasserstoff mir geschnappt, aber da ich ja jetzt hier innen drin eine positive Ladung zu wenig habe, bin ich ein bisschen gestörtes Atom. Ich bin ein sogenanntes Ion und ich als Chlor-Ion bin einfach negativ geladen, denn ich habe jetzt hier außen acht Elektronen, obwohl ich außen nur sieben haben müsste. Wasserstoff sagt, ich bin auch ein Ion, hurra, denn ich bin mein blödes Außenelektronen losgeworden. Entweder ich kriege zwei, kriege ich nicht, also gebe ich meins ab. Was überwiegt aber? Die einzige positive Ladung. Mit anderen Worten, die beiden ziehen sich an, denn dieses Ding, was bloß noch übrig bleibt, das Wasserstoff-Ion ist positiv und das Chlor-Ion ist plötzlich negativ geladen, denn es hat ein Elektron zu viel. Das ist dann eine, wenn die sich anziehen und die sind ganz gut zusammen, eine sogenannte Ionenbindung. Jetzt ist es aber bei vielen chemischen Prozessen nicht so, dass sich Ionen zueinander finden und binden, sondern, ich habe nicht umsonst Otto, das Oxygen, hier genommen, das ja gerne acht hat, aber nicht hat, acht hätte, kleinen Moment, es gibt ja auch Oxidationsreaktionen, Oxidationen und es gibt nicht immer nur solche Ionenbindungen. Und da hat man sich gesagt, das Prinzip, wie Ionen sich binden, daraus leiten wir die Oxidationszahl ab. Sprich, hier hätte ich eine Oxidationszahl von 1 und zwar positiv und hier von 1 negativ. Obwohl das beides keine, obwohl das beides Ionen sind und demzufolge, die Ionenbindung ist relativ locker, die beruht ja nur auf elektrische Anziehung und in diesem Fall die beiden leicht zu trennen wären. Oxidationsreaktionen, zum Beispiel Eisenoxid oder machen wir es so, Eisen-3-Oxid, dieses ist kein Ion, das lässt sich auch nicht so leicht lösen, so leicht wie die, so leicht wieder auseinander bringen. Und da ist es so, da müssen wir dann sagen, das Prinzip, Außenelektronen abgeben, Außenelektronen aufnehmen, selber zufrieden sein, schafft in diesem Fall keine Ionen, aber das Prinzip ist das gleiche. Jetzt gibt es Fragen. Das ganze, dieses Ionenprinzip hier, das probieren wir mal an hier, probieren wir mal anzuwenden. Und zwar, Eisen und Sauerstoff reagiert in diesem Fall zu Eisendreioxid, also dreimal oxidiert. So, was passiert? Jetzt steht ja hier, naja, Moment, nein, wir nehmen mal an, wir wissen nicht, was daraus entsteht. Das könnte auch FeO sein. Wir nehmen an, Eisen ist 3-wertig. Wir nehmen es mal an, 3-wertig. Sauerstoff, und zwar positiv. Und hier Sauerstoff, 2-wertig negativ. Das wissen wir aus den Hauptgruppen, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Dann muss es so sein, dass hier Fe2O3 daraus besteht. Denn hier habe ich 2 mal 3 Plusse und hier habe ich 3 mal 2 Minusse. Das ist Plus 6, das ist Minus 6. Das Thema ist für sich ausgeglichen. Jetzt muss ich noch die gesamte Gleichung ausgleichen und dann stimmt es wieder. Man sieht das aus den Hauptgruppen, wo die herkommen. Das gleiche funktioniert auch mit Aluminium. Machen wir es gleich nochmal genauso. Also, Aluminium, ganz typisch aus der dritten Hauptgruppe, reagiert mit O2. Da ist es eindeutig, dass Al2O3 daraus entsteht. Warum? Das gleiche Prinzip. Ich habe hier 3 Außenelektronen, das kommt aus der dritten Hauptgruppe. Ich habe hier 2 fehlende Außenelektronen, also 2-fach negativ, 2-mal negativ, 3-mal positiv. Und das muss dann so funktionieren, sonst kann ich es nicht ausgleichen. Hinterher stimmt das noch nicht. Die ganze Gleichung muss ich nochmal ausgleichen. Aber wie? Ich schreibe mal hier eine 2 davor, dann habe ich 2-mal 3, 6. Ich schreibe hier noch eine 3 davor, habe ich hier auch 6. Und jetzt schreibe ich hier noch eine 4 davor. Und jetzt ist der ganze Mist ausgeglichen. Wenn ich jetzt alle positiven Ladungen, 4-mal 3+, habe ich hier 12 Plusse. Hier habe ich 3-mal 2, sind 12 Minusse. Hier habe ich insgesamt 4-mal 3, sind auch 12 Plusse. Und hier, wie gesagt, ich mache es ein bisschen schnodderig. Und hier habe ich 2-mal 3, sind 6-mal minus 2, 12 Minusse. Für sich innerlich ausgeglichen, insgesamt ausgeglichen passt. Woher man weiß, dass Minus und Plus ist, wir haben doch hier im Periodensystem, na, was ist jetzt los, wir haben im Periodensystem verschiedene Hauptgruppen. Hier die 1., die 2., die 3., die 4. und so weiter und so fort. Und das setzt sich dann fort bis zur 8. Na, machen wir es noch. 5., 6., deswegen nehme ich die römischen Zahlen, 7., die 8. lasse ich jetzt mal weg, weil mit denen reagiert sowieso keiner. Hier haben wir typisch Wasserstoff und Peryllium und so ein Kram drin, oder Natrium, Kalium. Hier haben wir ganz typisch, na, jetzt komme ich nicht drauf. Unter anderem auch Kalzium drin, hier haben wir Aluminium mit drin. Und das zeigt, wie viele Außenelektronen die haben. Wenn sie die abgeben, dann bleibt im Kern mehr Positives übrig. Deswegen sind die im Allgemeinen, wenn sie die abgeben, positive Ionen. Kohlenstoff zum Beispiel kann sich entscheiden, entweder er nimmt 4 oder gibt 4. Wenn er 4 gibt, bleiben 4 Protonen zu viel. Also ist das ein positives Ionen. Phosphor. Selbst bei Phosphor geht das noch. Aber jetzt wird es langsam spannend. Sauerstoff und hier zum Beispiel Chlorum. Da ist es so, dass die im Allgemeinen sehr süchtig sind. Also ab Mitte sind sie eher süchtig nach Außenelektronen. Wenn sie abgeben, bleibt der positive Kern. Deswegen positiv. Wenn sie aufnehmen, haben sie zu viel negative Elektronen, werden sie negativ. Daher kommt das. Gut, also ich glaube, wir haben die Fragen soweit geklärt. Ich hätte hier oben noch ausgleichen müssen. Hier ist das ja zufälligerweise genauso. Das war jetzt aber nicht der Sinn des Ganzen, aber jetzt haben wir es doch. So, das Video können wir an der Stelle abschließen. Ich wünsche viel Vergnügen beim Üben. Üben heißt ja, also nochmal angucken, selber aufschreiben. Ich muss dann noch einen Verweis auf die anderen Chemievideos machen oder man guckt im Kanal nach den Untergruppen Chemie und da ist das alles nochmal ausführlich anders erklärt. So, ich schließe das Video an der Stelle ab.